Na komm, was soll's. Hepp, Kohle muss raus. Zwar hier nicht, aber oben, aber egal. So. Ein für sich. Hier haben wir schon. Ich kann und werde nicht. Was ist das denn für eine Ansage? An Bord gehen. Ja. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Nicht in diese Wasser. Gute Arbeit. Der Hafen ist blockiert. Kein Schiff bewegt sich mehr. Hm. Garnisonsflotte. Guckt euch das an. Null. Wie viele Runden brauchen die denn? Wir blockieren erstmal. Wir erregnen eine Blockade. Wir haben jede Menge Schiffchen, ne? Die sind sauer. Hahaha. Hahaha. Darüber sind wir gewandert. Ich würde sagen, das war's. Sollen wir hier nicht mal sicherheitshalber... Ein paar Leute ausheben, aber ich hab kein Geld. Okay. Nächste Runde. Was hab ich denn gemacht? Technologie hab ich nicht gemacht. Achso. Da war ich mir nicht ganz einig. Moral von Landeinheiten. Na, davon haben wir noch gar keine. Aber wir wollen nach die Landwirtschaft ein bisschen ankurbeln. Kurbeln. Handel, Einkommen, nämlich Warenausbau. Ne, ne, wir gehen hier lang. Da hingehen wir. Können wir da direkt hingehen? Okay. So, jetzt aber. Der ist abgehauen. Also, bei dem... Wenn der oben durchrastet, dann gehen einfach... ...die Bilder pro Sekunde Runde ohne Ende. Aber... ...er macht ja gar nichts. Er rechnet nur vor der Pulle, hm? Naja. Ist nicht weiter schlimm. Wird von... Wo? Wo? Wo sind die? Unsere Leute werden von denen bedroht. Ich bin rüber hier mit der ganzen Armee. Da muss ich schnell eine Armee aus dem Dings heben. Ne. Sag mal her. Streitmacht aufstellen. In diesem Tab werden sämtliche zur Rekrutierung verfügbaren Schiffe in der Provinz angezeigt. Per Rechtsklick auf die Abbildung eines Schiffes erhaltet ihr deren Beschreibung. Ich sehe kein Schiff. Per Linksklick fügt ihr die Auswahl der Liste hinzu. Ein erneuter Klick entfernt sie wieder. Die Rekrutierungskosten werden unten angezeigt. Die Rekrutierungsdauer erscheint oben links. Er ist aus unserem Hause. Dann nehmen wir ihn. Aufstellen. Rekrutieren. Du gehst jetzt erstmal hier rein. Hopps. Jetzt rekrutieren. Hep. 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 Zwei Runden. Ne. Erstmal. Erstmal nur für eine Runde. Okay. Das ist soweit gut. In Rom haben wir noch gar nichts. Da könnten wir... Ne, wir haben ja kein Geld. Irgendwann für 800 können wir nicht bauen. Lassen wir erstmal. Wie sieht es hier aus? Da ist auch alles gleich fertig und gebrochen. Kohle. Ich muss jetzt dazu schlagen. Wenn du abhaust und wieder angreifst, bringt das was. Jetzt vergiften bei dem Brunnen. Wir gefallen an Sabotage. Nicht geschafft. Du bist ja eine olle Gurke. Verzieh dich. Kannst du dich verziehen? Kannst du nicht. Ja, das ist wunderbar. Ich erwarte eure Befehle. Die Siedlung wird belagert. Unsere Reise ist beendet. Du Ochse. Wer hat gesagt, du sollst... Also ist es denn. Warum ist er denn drumherum gerannt? Hirnrissiger... ...General. Das war ja super, General. Und wie lange braucht ihr hier, um aufzugeben? Ja. Oh, da geht schön runter. Ich sehe nichts. Ist hier irgendwas ändert. Was winkt er denn? Lass ruhig winken. Ja. Ja, Angriff. Komm, Angriff. Blockade wird aufgestellt. Nicht Blockade. Wir greifen jetzt an. So. Schluss mit Blockade. Okay. Prima. Aufstellen. Haben wir hier? Schiffe bereit. Unterstützung Schiffe zu euren Diensten. Sag mal. Hier ist noch nichts. Ach, hier kommt die Unterstützung an. Wo ist das Hauptding, was wir einnehmen sollen? Hier? Theoretisch müssen wir nur in den Hügel hochlatschen. Praktisch gibt das bestimmt kein schwieriges Unterfangen. Kommen wir her. Wir gehen hier hinten vor Ort. Anlanden. Da warten wir auf die anderen. Kommt mal hier rüber. Bitte eine Linie. Okay. Ja. Angefangen. Landen. Landen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja, wunderbar. Boah. Hier kommt noch ein paar Schiffchen. Das ist fein. Ich hoffe jetzt hier Richtung Land. Alles an Land. Fahren die auch mal. Los. Befehle. Transportschiff. Be Einsatzbereich. Ich erwarte eure Befehle. Kommandant. Jupiter gibt uns Krab. Aber wir können auch da anlanden. Transportschiffe. Die stehen da alle. Können wir die Pfeilen bespicken? Jupiter gibt uns Krab. Transportschiffe. Aufbrücken. Fahren wir hier rüber. Werden wir nochmal sehen. Transportschiffe zu euren Diensten. Wir fahren hier rüber. Macht Platz. Schiffe bereit. Die da hinten sind gelandet. Mal gucken. Wie bist. Aha. Regionäre. Wir sortieren. Für wo? Da bin ich mir gespannt. Ob meine Jungs da ein paar Pfeile reinschießen. Grenzfortschiffe einsetzen. Bereit. Ob die das können. Ist die Frage. Das wäre ja sehr witzig. Um nicht zu sagen. Richtig gemeint. Die Römer sind bereit. Ihre Pflicht zu tun. Fahr mal hier hin. Und dann drehst du mal ein Stück. Da bin ich gespannt. Keine Bogeneinheiten sehe ich. Ja dann. So. Mach Platz. An die Ruder. Ruder ins Wasser. So. Und jetzt. Aufrücken. Aufrücken. Und kannst du die da angreifen? Feuer. Macht Platz. Wie Feuer. Feuer. Soll schießen. Nicht landen. Da bin ich gespannt. Vorwärts. Landen. Landen. Du wartest sowieso. Bruder ins Wasser. Und schießt der hier? Jo. Tatsächlich. Lol. Na. Haha. Halt. Ein Schiff beidrehen. Mit Bogenschützen. Transportschiffe. Ausrücken. Jawohl. Haltet sie zusammen. Haltet sie zusammen. Sind die gelandet da hinten. Jawohl. Oh. Transportschiffe. Eure Befehle? Landest du. Die lassen sich da verwursten. Prima. Lol. Jawohl. Nächsten Mann nach vorne. Schießen die auch auf die? Transportschiffe zu euren Diensthänden. Reichweite haben die. Das reicht. Da rennen sie los. Jetzt haben sie Lunte gerochen. Köp. 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 Hier. Eine Reihe bilden. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist nicht schlimm. Transformschiffe, erwartet eure Befehle! Ich erwarte eure Befehle! Das ist noch einen schönen Schaden eingerichtet, würde ich sagen. Tschüss!